Den Emulator habe ich mit dem Hammer erschlagen, Alter. Störf, Alter. Scheiße, da ist das noch... Nein! Alter, das kannst du nicht allzu oft machen. Na ja, das sieht schon besser aus als... Warte, ich muss mal meine Messer einsammeln. Ich dachte, ich habe bloß drei. Wo ist denn das andere hin? Wo ist denn der Schmierlappen hier mit meinem Messer hin? Hat er sich verpisst? Wie zielt man hier wieder? Steuhe rum? Nein, Schiff. Oh, hier ist eine Schlampe, oder? Ach, die was fliegen hier für Scheißausfliegen an dem Fass rum? Was ist denn das für ein Fass, Alter? Ich würde mal draufschießen wollen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht aber aus als wäre da Scheiße drin. So wie die Fliegen drumrum schwirren. 15. Die Fliegen sind da. Boah, die werden mal mitbezogen. Ach, die knallen wir ab. Stöp, Alter. Ich muss noch laden. Lad noch. Da ist noch so ein Scheiß... Boah, ich muss die Blutung stoppen. Alter, verpiss dich, verpiss dich, weg, scheiße, Mist, oh, alter, 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 das war krass. Die ist schuld, die Kuh. Ich schieße auch wie so ein Stimper, alter, das ganze gehen erzählen. Fliegenschlampe. Ja, okay. Gut, die hat es hinter sich. Fliegenschlampe, 12 Uhr. Alter, steht ja noch der Wackelmann. Oh, nächster. Komm mal her. Ey, den Emulator, den habe ich mit dem Hammer erschlagen, alter. Oh, fuck, Fliegenschlampe. Ein Hammerschlag, da war hin. Hm, diesen Drecksschuppen gibt es auch keine. Hier ist, ne, da ist Munition. Hier waren wir aber scheinbar schon. Ach komm, lass uns raus aus dem Laden. Hier kriegst du ja eine Krise. Er treibt sich wieder auf den Scheißhäusern rum. Ja. Hm. Boah. 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 Ja, ja, mach tot. Boah. Die habe ich nicht gesehen. Ja. Boah. Hier ist er. Oh, hier ist er. Da ist er drinnen, Meister. Da bist du. Hier, nehmt ihr. Woh. Hier treibt er sein Unwesen. Alter, der hat dich umgehauen. Scheiße, 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 Scheiße. Komm. Schnell weg, schnell weg. Ich würde sagen, der kann uns am Arsch lecken. Ich mache das weg, fertig. Meinst du? Was haben wir dazu? Ja, ich bin jetzt schon wieder. Das gibt es doch nicht. Wir machen dir das. Alter, das kannst du nicht allzu oft machen. Das gibt es doch nicht. Wir machen dir das. Komm raus hier. Wir wollen noch Jäger töten. Du bist tot, oder? Du bist komplett im Arsch jetzt, oder? Scheiße. Ich habe jetzt viermal hinter dem Arsch geholfen. Ich habe jetzt viermal hinter dem Arsch geholfen. Cool. Was wüsstest du? Oh, nein. Au, 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 mama, mama, mama. Der hat mir alle verpasst. Aus, ich blüte. Alter, ich habe mir ein paar reingezwitschert, aber da ist er aus Stahl. Ja, ich bin da. ja ich habe der munition geklaut ja 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 Scheiße Mist, scheiß Jäger sind ja in der Nähe Der Wichser Wieso sind die hier so zornig? Also lieben verloren oder nicht? Aber mich hat doch ein Jäger getroffen, oder? Ich weiß es nicht. So ein Schuss zu mir liegt ja Meinst nicht? Ich hätte gedacht Ich blute doch schon wieder, Alter Das ist brutal Und Geld muss jetzt mal drücken schauen Ja Ja Was trampelt denn hier so rum? Was sind das für Geräusche, Alter? Was ist denn das für ein Getrampel da drin? Oh Hier geht's Los 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 Oh Manu! Alter! Aber ich ihn erinnere, hab ich zerrissen, oder? Ja, jetzt schon. Jetzt schießt's aber hier drinnen. Oh nein! Was sind die denn auch? Hm? Ich hab schon mal Schritte gehört. Mhm. Bis morgen, hab ich drin. Wir wissen, wo du bist. Da ist doch einer im Wasser. Ja. Da kommt doch einer durchs Wasser. Ja. Der Wassermolch ist doch... Oh! Alter! Du hast doch Feuerbombe, die sind noch. Ich hab nicht mehr. Scheiße. Du musst dich hier wegfallen. Hm. Mist. Ach so? Ja. Definitiv. Ja. Tief. Oh Mann! Ein Schuss. Ein oder zwei? Fünf. Ich brauch mal Medizin, Mann. Brauchst nix mehr, oder? Ne. Ein Treffer, cool. Was? Ich schieße drauf. Was? Ich schieße drauf. Posten. Ich schieße drauf. Ich schieße drauf. Ich schieße darauf, mich ... Beidee, liebe Geist. Ich schieße drauf, wir sind noch stirbt. Da ist es! Alter! Nervenzerreißend! Komm schon! 3, 2, 1 Puh!